Modul 1, Lektion 3, Aufgabe 5 Hört euch die Dialoge an und variiert sie dann nach dem Muster. Ich soll allein mit dem Bus nach Sarajevo fahren. Was soll ich machen? Du sollst eine Karte kaufen. Modul 1, Fertigkeitstraining, Aufgabe 2 Lies die Aufgaben, hör dir den Dialog zweimal an und kreuzt die richtige Antwort an. Hey Martin, ich hatte gestern meine erste Physikstunde. Und, wie findest du Herrn Albers, den Physiklehrer? Naja, ich finde ihn sympathisch. Sympathisch und nett. Er ist auch sehr streng, oder? Nein, er sieht nicht streng aus. Er sagt, Physik ist ganz logisch und sie macht viel Spass. Ich denke, ich werde eine gute Note in Physik haben. In der siebten Klasse hatte ich immer eine schlechte Note in Physik, eine 4. Aber jetzt, in der achten Klasse, möchte ich besser in Physik sein. Ich möchte mehr lernen, aber das ist nicht leicht. Ich mag Physik nicht wirklich. Und viele Dinge verstehe ich nicht. Das schaffst du schon. Du sollst nur mehr lernen. Sag mal, Martin, hast du auch jetzt in der achten Klasse zweimal wöchentlich Physik? Wie ich in der siebten? Ja, ja, zweimal wöchentlich. In der achten wie in der siebten.